So, einen Wunsch in mir zu kommen, wir sind wieder zurück und wir werden uns jetzt einen Auftragskiller holen, oh yeah. Okay. 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 you're lucky we don't overcharge this hitman can also get in and out of the place without any witnesses can you do that sure if we have enough ammunition wow definitiv nicht holen wir uns den auftragskiller von hier oben und das lassen wir mal verschwinden hat niemand gesehen dass da was war so hier geht es gleich den bach runter wir können es aber verhindern wollen wir das besondere vorkommnisse sind ja nicht gerade also wir haben ja kein problem gerade mit irgendwelchen sachen aber vielleicht ein bisschen mehr geld könnte ja nicht schaden warum warum ich brauch das nicht nein das sind nur 30.000 brauche ich nicht dann schalte ich hier nochmal argborn runter und hoffe dass ich deinen richtigen auftrag krieg weiß ich tausend gibt mir was richtiges so irgendwie 300.000 200.000 160 abfahrt kostet wieder berichte nee 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 ich bin verwirrt mir war so dass ich da leute hingeschickt habe komisch komisch den knigge kniggen den knigge kniggen gutes ding so gut so da wird was hingeschickt dann kommt der nächste transport dahin es sind ja nur 15 die wir kriegen alles safe wo denn was 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 Ist das der Auftragskiller? Ich glaube schon, oder? Ja, das muss er sein. Toll, dann haben wir ihn jetzt doppelt. Ach, Kacke. Vielleicht kriege ich ja zu spät. Nein. Okay, den halt nicht. Hm, das wäre nice. Gut. Auftragskiller. Auftragskiller trainieren. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber so viele Auftragskiller brauchen wir ja nicht, oder? Was zur Hölle? Wird da trainiert? Nehmen wir mal zehn Stück. Okay, machen wir noch einen zweiten. Wird aus dem Zeug nicht schlau, aber okay. Und jetzt habe ich die jetzt richtig hingebaut. Und die müssen nicht außen rumlaufen. Doch, müssen die bestimmt. So, einmal querfeldbeet ein. Und wo stehen die denn? Wir haben einen neuen Prisiner. Wir haben einen neuen Prisiner. Ja. Äh, ja gut, den haben wir doch. Ah, da stand, wir haben einen Agent. Moment. Äh, shit. Okay, mach's da. Dachte, ich könnte ihn das da machen, aber er passt. Na gut. Ah, wir sind richtig. Lol. Okay. Das ist interessant. Das haben die richtig cool gemacht. Ah ja, da war ja was. Äh, du. Kannst wieder da hingehen. Das können wir bald auf T3 machen. Oh, ist das gut. Gut, darauf freue ich mich schon. Dann gibt es wieder coolere Sachen, die wir stehlen können. Und wir können mehr Leute dingsen. Warum ist... Wegen Deko? Nee, Beute. Ah. Die ältesten Knochen der Welt. Und was bringt mir das jetzt? Ich muss das in die Forschung tun. Okay. Ich sag doch, wir haben zu wenig Platz in der Forschung. Ehe ist schon. Das verstehe ich nicht. So? Schön im Weg. Weiß nicht. Weiß nicht. Wären die dadurch intelligenter? Der geht da ran. Und seine Klugheit geht runter. Und seine Klugheit geht runter. Toll. Ein Tietrinker. Und wir können es sogar auf Stufe 4 jetzt machen. Geil. Das wäre so schön, aber antworten uns noch gesperrt. Ach komm, wir machen das. Hier ist es wieder zwei. Hier ist es wieder zwei, der wieder zwei und dann ist noch gesperrt. Ja, wir gehen sofort hier hin. Machen, dass wir weniger Argwohnen kriegen. Das wäre natürlich auch gut. Oder das hier. Ein Großrechner, den kriegen wir, dann ist es gesperrt. Können wir knicken. Dann machen wir das. Satellitabteilung. Warum nicht? So, bist du wieder voll? Ja. Dann kann sie wieder boosten. Auftragskiller trainieren. Are you winning? Yes. Dann werden wir ihn mal abholen. Den Auftragskiller. Haha. Excellent. Hauptmission abgeschlossen. Endlich haben wir die Hauptmission mal fertig. Dafür gibt es das Belongenruf 15 Berichte. Das ist toll. Mssst. Wie sind die Angerinnen losgegangen? Das sind die Angerinnen losgegangen. Vielleicht haben sie herausgefunden, die sich rund um die Beine zu gehen. Und wie wir das haben. Nicht so schuldig sein. Without the chips I put in your heads, you'd be straight in a shark tank. There are chips in our heads. Es gibt... was? Someone must have figured out how to make those chips. Someone clever. Okay. Verhöragenten im Gefängnis. Fangagenten im Unterschlupf. Oh, da haben wir schon Hunger. Mir geht was essen. Hier ist... ich glaube, wir brauchen mehr Essen. Oder? Sieht eigentlich gut aus. So, wo sind die Agenten? Wir müssen die mal kurz eintüten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Nee, essenstechnisch haben wir hier eine riesige Kantine. Sollte locker. Die passen. So, eine Nebenhandlung können wir auch wieder machen. Wie wär's? Der Mann mit den zwei Gesichtern. Können wir uns wieder was holen. Oder wir holen uns einen Unterweltboss. Im zweiten. Können wir... Mh... Wir holen uns das erstmal. Oh, es gibt 100.000. Ah, das ist bestimmt wieder Forschung, die wir machen müssen, oder? Das riecht so nach Forschung, die wir betreiben müssen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nice. Oh, yeah. Siehst das Forschungsprojekt ab, wusste ich es doch. Nein. Warum kriege ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Missionen, wo ich immer nur forschen muss? Das ist blöd, weil ich habe gerade meine eigenen Forschungen hier. Mann. Ach, mach doch nicht sowas. Oh, ihr Idioten. Wo sind meine Auftragskiller? Haben jetzt alle 5? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Na, ist so gut. Jetzt können wir wenigstens an unserer Hauptquest arbeiten, während wir warten, dass wir die Nebenquest machen können. So, wir müssen sie befragen. We have captured an agent. An agent has been captured. Dass wir genau 5 Stück immer haben. Und wir haben schon wieder Probleme mit unserem Geld. Eigentlich wollte ich hier was machen. Deko im Trainingsraum. Ein Gymnastikball. Natürlich. Ja. Eine Säule im Refugium, okay. Gute Großbildschirm. Ja. Kann man machen. Lass mich das verkaufen. Das braucht doch hier niemand. Dafür kommt das da hin. Das ist noch viel geiler. Natürlich. Da gibt es noch keinen Platz. Das ist kacke. Dann machen wir das. Kommt ein Luxusbett hin. Ach, das klappt wieder rum. Oder wie? Ja, mir egal. Nicht genug Rockers, um deine aktuelle Minion zu unterstützen. Ja, ja, wir arbeiten dran. Mit diesen beiden Dingern wird es definitiv klappen. So, der nächste. Den haben wir noch zwei. Ah, schade, dass wir... Oh, Moment. Doch. Und dann schicken wir noch ein paar Leute los. Einfach so. Nein. Nein. Aber hier. Ah, sechs Biologen spinnt ihr? Nein, nehme ich nicht mehr fünf Teile. Nee, auch nicht. Ja. Sechs Biologen, die spinnen doch. Nee, wir könnten aber hier wirklich das Arc ohne runterschalten. Mit ein paar Berichten. So. Dann macht's auch Sinn, dass wir die verhören. Wenn wir die verhören, kriegen wir ja ein paar Berichte. Sehr blöd, wenn wir keine kriegen würden. Weil wir hier schon voll sind. Das ist ja gar nichts. So, dann gucken wir mal. Wieso kommen die denn an unsere Pfeilen ran? Hm? Wieso könnt ihr das? Weil ihr Peilsender habt? Könnte es sein? Wie elegant. Keine Ahnung. Ich kann die Beine verprogrammen, um sie zu überprüfen. hmmm. Wir können den Mikrofilm-Kode verhören, um sie zu überprüfen. Obviamente. Und bring mir einen Wissenschaftler, die responsible für diese Risswatche. Und endlich jemand, die mit mir mit mir. Okay. Alter, what? Was zur Hölle? Ja, gut. Reicht. Hier verfolgen wir die mal. Okay. Überfall, Labor, Weltkarte. Kriegen wir hin. Wo ist denn das Labor? Labor, Weltkarte. Nicht das, oder? Nee. Labor, Constricta. Wie meine in der Hose. Wo ist denn das? Hier. Alter, Stufe 3. Deine Mutter. Stufe 3. Müssen wir wohl machen. Scheiße. Schön. Erstmal auf Stufe 3 packen, das Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell gehen muss. Aber wir haben's. Wir haben's. Und wir haben sogar die Vorhinein jetzt dafür. Ach nee, doch nicht. Wir haben jetzt plus 2 gekriegt. Gut. Äh. Machen wir erstmal Mr. Hyde. Und danach machen wir das. Mr. Hyde ist gerade wichtiger. Für die paar Sekunden kann sie da ein bisschen was machen. Ach komm, das lohnt sich nicht. Geh mal ein bisschen chillen. In der Zwischenzeit gucken wir, was das Ding auf Stufe 3 macht. Noch nichts. Aber jetzt. Unser erstes Ding. Stufe 3. Dauert ganz schön lang. Das kostet 120. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen Geld investieren und das nochmal runterschrauben. Ach, wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch schon mal verbessern. Was kostest du denn? Du kostest 3 Sendeleistung. Komm. Abfahrt. Dann haben wir Europa wieder. Du gehst jetzt bis auf 150. Ja. Nützt nichts. Wir müssen. Alter. Warte, was ich berichte. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. What? Okay, wir brauchen ein paar. What? Kung Fu Kämpfer. Auftragskiller. Ja gut, dass wir 10 Stück trainiert haben. Wir brauchen Berichte. mehr Berichte. Mehr. Wir brauchen unbedingt den Großrechner. Für mehr Berichte. Scheiße. Wir brauchen so viel Berichte. Und die Software müssen wir auch noch fertig machen. Aber wenigstens haben wir schon mal Europa auf Stufe 3. Wird zwar teuer werden, die ganze Zeit das wieder runterzuschrauben. Aber vielleicht kriegen wir ja da ein paar interessante Sachen jetzt. Ein Kriminalnetwerk hat sich aufgradiert. Aber wir kriegen wenigstens jede 5 Sekunden 50. Na, immerhin. Wir brauchen so viele Berichte. Scheiße auch. Gut. Dann wissen wir, was wir zu tun haben als nächstes. Wir müssen mehr Berichte farmen. Weiß nicht. Vielleicht hier ein paar Großrechner reinpacken. Your scientists have made a breakthrough. Yes. Machen wir die Software. Oder den Großrechner. Öh, geht noch nicht. Scheiße. Ja gut, denn nicht. Dann machen wir die Software. Besorgt das Serum auf der Weltkarte. Kein Problem. Finden wir das. Bestimmt hier in England, oder? Ja, natürlich. Wir brauchen Berichte. Was ein Zufall. Wir brauchen mehr Berichte. Ich glaube, ich muss mal ein paar Berichte... Dings, Dings bauen. Für mehr. Alter, 37 Leute schicke ich jetzt erstmal in die Weltgeschichte. Kann man machen. Und ich sehe, dass unser Geld gleich flirten geht. Wir sollten mal gucken, ob wir wieder ein bisschen Geld verdienen können. Hier geht wieder ein bisschen Geld. Nee, geht nicht. Hier kriegen wir Techniker. 10 Berichte. Warten wir mal ab. Dann können wir 300.000 wieder auf unser Konto transferieren lassen. Ah, wir brauchen so viele Berichte. Das ist der Wahnsinn. Ja gut, dann muss ich halt ein paar Berichts... ...behefte... ...einsammeln lassen. Ne? Komm. Noch vier. Drei. Ja. Trainierauftragskiller im Unterschlupf. Wat? Okay. Ich brauche fünf Auftragskiller. Das kann dauern. Vor allen Dingen, ich habe glaube ich gerade welche losgeschickt. Wie viele haben wir gerade? Vier. Und fünf müssen gemacht werden. Ja. Kein Problem. Sechs Stück können wir trainieren. Wir brauchen fünf. Alles safe. Als hätte der Fuchs das alles schon geplant, ne? Aber das dauert. Das ist kein Problem. So, Software. In der Software wird gearbeitet. Überfall auf Labor. Wird auch schon gemacht, oder? Das Labor wird auch schon angegriffen. Nein. Warum? Ich habe extra Leute hingeschickt. Ach komm. Das kann doch nicht sein. Das war doch schon unten. Ich habe darauf geachtet, dass es... ...weil es so lange gedauert hat. Nach nicht sein. Ah. Und wir haben keine Berichtshefte mehr. Mann. Ja gut. Jetzt heißt es, müssen wir wohl ein bisschen abwarten. Und gucken, dass wir Berichtshefte kriegen. Am besten gehen wir da die Wissenschaftler das mal machen lassen. Berichtshefte, Berichtshefte, brauche mehr, Berichtshefte. Äh. Hier. Nein, nein. Zwei Stück. Könnten einfach Wissenschaftler da die ganze Zeit ranschicken. Ich glaube, die sind besser in Sachen sammeln. Aber ein paar lassen wir so. So. Natürlich. Ist das Ding weg, wo wir Geld machen wollten? Oder war es das, wo wir hingeschickt haben? Ich glaube, das war hier. Dann habe ich nichts gesagt. Aber Geldtechnisch haben wir, glaube ich, genug. Erstmal. Das heißt, das, was uns fehlt, ist wirklich, äh. Berichtshefte. Da brauchen wir richtig viele. PRM-Manager brauchen wir da. Hm, okay. Okay. Gut zu wissen. Berichtshefte. Ja, machst du nix. Äh, können halt nicht weiterarbeiten. Müssen wir halt gucken. Da könnten wir jetzt mal einen Diener hinschicken. Hier auch. Da geht nix. Ah, das wäre schön Geld, aber würde nix bringen. Hm, Argon erstmal weiter unterschrauben. Ja, Forschung complete. Sehr gut. So. Hm, wir könnten Stufe 4 machen. Oder wir machen Argon. Und dann geht es nicht so schnell hoch. Mhm. Und das sieht auch interessant aus. Holographisches Globo. Holographischer Globus. Oh, Berichte und Sendeleistung. Und das. Oh. Der Berichte. Ähm. Ja, ich glaube, wir sollten mehr auf das da gehen. Oder haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Hier ruhig, dass sie noch mehr Dings hat. Wäre gar nicht mal so schlecht. Oder das da. Aber Energie haben wir noch. Noch. Versteht sich. Ja, Schwier. Verbesserte Sicherheit. Nee, wir gehen. Das da, oder? Dass die Leute, wenn die bei uns reinkommen, dass die dann eingefangen werden. Ach komm. Machen wir erst mal das. Weil die Shutdowns nerven. Und die Forschung wird lange dauern, weil wir nur zwei von diesen Dingern haben. So, das wird gleich abgeschaltet. Ah, cool. Das mach ich. Und das geht runter. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Und danach nix mehr. Das ist schlecht. Und da geht auch langsam runter. Da ist Down. Und hier brauchen wir 40 Berichtsheft. Ja. Läuft. Das können wir machen. Dann kriegen wir hier wieder ein bisschen Geld. Natürlich ist da einer. Der Agent X. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine Aufgabe machen. Wo wir den einfach beseitigen. Dann haben wir ja Ruhe. Dann ist er tot. Das müssen wir uns mal überlegen. So, noch vier. Drei. Jetzt. Wehe. Das klappt schon wieder nicht. Dann wird der Fuchs sauer. Weil 120 ist machbar. Dann wären wir bei 130. Wir haben noch 20 zur Sicherheit. Wenn die Leute sich nicht dumm anstellen. Die Auftragskiller. Eigentlich habe ich genug. Hoffentlich. So wie es aussieht haben wir keine. Wir haben acht Auftragskiller. Wo sind die? Ah. Da ist einer. Noch zwei weitere. Bleib bloß. Wir müssen warten, bis die fertig ausgebildet sind. Dann gibt es da aber Ärger. Ne. Die gehen jetzt los. Perfekt. Perfekt. Los. Ihr seid Helden, Alter. Ihr seid Helden. Ihr hättet doch zwei Sekunden warten können. Mein Gott. Das sind Helden. Sag es euch. Was für Spacken. So. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Und wir müssen noch ein Auftragskiller fertig machen. Nice. Aber das holen wir uns später ab. Und zwar in der nächsten Folge. Mach, 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 mach. Der böse Fuchs mit seinen Cliffhanger. Dann. Okay. Da ist er. Dann ist hier wieder frei. Das wäre 160, oder? Ja. Nehmen wir das. Dann gibt es wieder Kohle. Ja. Ist. Äh. Okay. Gut, 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 gut. Dann. Holen wir. Das doch noch ab. Wo ist denn das da? Optional. Kung Fu Kämpfer. Erstmal Geld abholen. Nebenhandlung sind wir dabei. So. Wir kriegen 10 Berichtshefter und 10 Wissenschaftler. Nice. Schon wieder? Die kennen wir doch. Die kennen wir. Schließ Forschung. Virus ab. Toll. Stop. Äh. Welttournee. Ermittler im Unterschluff. Oh, schon wieder. Aber das alles in der nächsten Folge. Weil die hatten wir doch letztens eingeladen bei uns. Oder? Mir kommt der Name bekannt vor. Die hatten wir. Die hatten wir eingeladen und da hat sie bestimmt ein paar Technologien von uns gestohlen. Das Stück, ey. Ja gut. Dann sag ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und gehen auf die Suche nach dieser Lindström. Ström. Lindström? Lina. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.